Der Prolog von Orit vom 22. September Gedenken Der heilige Hieromärtyrer Phokas, Bischof von Sinope. Phokas übte sich von Jugend an in allen christlichen Tugenden. Als Bischof an seinem Geburtsort, der Stadt Sinope, an den Ufern des Schwarzen Meeres, stärkte er durch sein Vorbild und seine von Gott inspirierten Worte den Glauben der wahrhaft Gläubigen und bekehrte viele Götzendiener zum wahren Glauben. Die hartherzigen Heiden wurden von Zorn gegen den heiligen Phokas erfüllt. Durch eine Vision, die ihm vom Herrn gewährt wurde, sah er sein Martyrium voraus. Phokas sah eine weiße Taube vom Himmel herabfliegen, die einen wundervollen Blumenkranz in ihrem Schnabel trug und ihn dann auf seinen Kopf legte. Und Phokas hörte eine Stimme, die sagte, Dein Kelch ist gefüllt und du sollst ihn trinken. Aus dieser Vision erkannte der Gottgefällige, dass er bald für Christus leiden würde. Er hatte keine Furcht, sondern mit Dankbarkeit gegenüber Gott bereitete er sich auf das Leiden vor. Bald danach holte ein gewisser Fürst namens Afrikanus Phokas zum Verhör und unterwarf ihn schweren Matern. Die Folterer schlugen und verwundeten seinen ganzen Leib und nach einer Zeit der Kerkerhaft warfen sie ihn in kochendes Wasser, indem der tapfere Soldat Christi sein irdisches Leben beendete und hinüberging in die Freude seines Herrn. Der heilige Prophet Jonas lebte mehr als 800 Jahre vor Christus. Es heißt, er sei der Sohn der Witwe von Sarepta gewesen, den der Prophet Elias von den Toten auferweckt hatte. Sein dreitägiger Aufenthalt im Wal war eine Vorabbildung der drei Tage, die Christus im Grab lag, und durch seine Rettung aus dem Bauch des Wales bildete er die Auferstehung des Herrn von den Toten ab. Alles andere über diesen wundervollen Propheten kann man im Buch Jonas nachlesen. Der heilige Märtyrer Phokas, der Gärtner, war ein Landsmann des heiligen Hieromärtyrers Phokas. Er hatte einen Garten in Sinope am Schwarzen Meer, den er selbst kultivierte. Er bewirtete alle Vorbeikommenden mit dem Früchten seines Gartens und versäumte es dabei nicht, ihre Seelen mit dem Wort Gottes zu speisen. Doch ein gewisser Fürst, der die Christen verfolgte, vernahm von ihm und sandte Soldaten, um ihn zu töten. Phokas bewirtete die Soldaten so herzlich, dass sie zögerten, ihn zu töten. Doch auf seine eigenen inständigen Bitten führten sie ihren Befehl aus und töteten ihn. An dieser Stelle und über seinen wundertätigen Reliquien wurde eine Kirche in seinem Namen errichtet. Der heilige Phokas wird besonders von Seeleuten und allen, die Seereisen unternehmen, angerufen. Er erlitt das Martyrium im Jahr 320. Der gottgeweihte Kosmas von Zorafu stammte aus seiner Adelsfamilie in Bulgarien. Als seine Eltern ihn verheiraten wollten, flog Kosmas auf den Berg Athos. Er war ein Einsiedler und Wundertäter. Er mühte sich in der Askese in einer Höhle in der Nähe des Klosters Zorafu. Die allheilige Gottesgebärerin erschien ihm einmal. Er ist als der größte Asket und Wundertäter von Zorafu bekannt. Die erstaunliche Zelle, in der sich Kosmas in der Stille übte und mit Dämonen kämpfte, existiert auch heute noch im Nordwesten des Klosters Zorafu. In geistiger Schau beschrieb er hellsichtig Ereignisse sogar entfernter Zeiten und Orte. Er entschlief im Hohen Alter am 22. September 1323 und nahm nach einem Leben voller Mühe seine Wohnung ein in der Freude seines Herrn. Der heilige Petrus, der Barmherzige, war ein Gottgefälliger im 6. Jahrhundert. Der heilige Jonas, der Priester, war der Vater des heiligen Theophanes des Himnografen und des heiligen Theodor Raptors des Gebrandmarkten. Jonas war ein Wundertäter und starb im Kloster des heiligen Savas des Geheiligten im 9. Jahrhundert. Lobeshymne Der heilige Prophet Jonas Ninive Ninive heilt wieder mit Sünde, und Gott sendet Jonas, um Ninive zu heilen. Jonas aber will nicht und flieht vor Gott. Oh, wohin willst du gehen, Jonas, um dich vor dem Allerhöchsten zu verbergen? Jonas schläft, er schläft und der Sturm erhebt sich. Gott bewegt sich langsam, doch er wird dich rechtzeitig finden. In die Wellen geworfen, vom Wal verschlungen. Vor wem floh ich? fragte sich Jonas. Ich floh vor dem, vor dem man sich nicht verbergen kann. Gott süchtigte Jonas, und doch rettete er ihn, und verherrlicht ihn in seiner Vorsehung auf ewig. Jonas, du wolltest zu den Nineviten nicht sprechen, doch durch deine Bestrafung prophezeitest du den unsterblichen Christus. Willst du das nicht durch Worte? Dann musst du durch Taten Christus prophezeien und den Tod und die Auferstehung des Leibes. Deine Taten, Jonas, werden nicht schwinden, und Christus, der Herr, wird durch dich zu den Menschen sprechen, dass durch dich die Gnade des lebendigen Gottes offenbar werde, durch die du gerettet wirst wie auch Ninive. Durch dich soll die Kraft der Reue offenbart werden, die Kraft der Reue und Gottes Vergebung. Dir tat es Leid um den Strauch, und Gott tat es Leid um die Menschen. Hilf uns zu bereuen, o Gott, und rette uns vor der Verdammnis. Betrachtung Wenn ein Mensch deutlich Gottes Barmherzigkeit ihm gegenüber wahrnimmt, wird er wie aus seinem langweiligen und trostlosen Traum wachgerüttelt und ist beschämt darüber, wie lange er blind gegenüber Gottes unablässigen Mitgefühl war. In den Tagen des Kaisers Justinian war der oberste der Steuereintreiber in Afrika, ein Mann namens Petros, ein sehr reicher Mann, der zugleich sehr grob und mitleidlos war. Eines Tages beklagten sich die Bettler untereinander darüber, dass keiner von ihnen jemals einen Almosen von Petros erhalten hatte. Dann wettete einer von ihnen darauf, dass er Erfolg darin haben würde, von ihm eine milde Gabe zu erlangen. Er zog los und plagte den hartherzigen Mann so lange mit Bitten, bis dieser aus Wut ein Brot nach ihm warf, da er nichts anderes zur Hand hatte. Der Bettler schnappte sich voller Freude das Brot und entwich. Kurz danach erkrankte Petros an einer plötzlichen und gefährlichen Krankheit und hatte die folgende Vision. Er sah sich in der anderen Welt von einem Dämon niedergedrückt. Auf der einen Waagschale häuften Dämonen Petros Sünden auf, sodass diese Seite niedersank, während auf der anderen Seite Engel standen und darüber klagten, dass es keine einzige gute Tat in Petros Leben gab, um es in die andere leere Waagschale zu legen. Einer der Engel sagte, wir haben nichts dort hineinzulegen, außer dem einen Brot, das er vor ein paar Tagen auf einen Bettler warf. Der Engel legte schnell das eine Brot auf die leere Waagschale und das Brot wog die andere Schale mit all seinen Sünden auf. Als die Vision vorbei war, sagte sich Petros, wahrhaftig, dies war keine Halluzination, denn ich sah alle Sünden, die ich von meiner Jugend an begangen hatte. Wenn ein einziges Brot mir schon so hilfreich sein kann, zudem ein Brot, mit dem ich einen Bettler beworfen habe, wie viel mehr Hilfe könnte ich von vielen barmherzigen Taten erlangen, die vom Herzen kommen und mit Sanftmut unternommen werden. Und von jener Zeit an verwandelte sich Petros in den barmherzigsten Menschen der Stadt. Er gab all seinen Besitz an die Armen fort und als er alles mit ihnen geteilt hatte, verkaufte er sich selbst für 30 Goldstücke in die Sklaverei und gab das Geld den Bedürftigen als Almosen im Namen Christi. So wurde er bekannt als Petros der Barmherzige. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Gottes Zorn gegenüber dem König Jehoshaphat. 2. Chroniken 18-20 Wie Jehoshaphat ein Bündnis mit dem von Gott abgefallenen König Ahab schloss und die meisten umkamen. Wie er wiederum ein Bündnis mit König Achasia schloss, der ihn verleitete, Böses zu tun, zu seinem großen Nachteil. Wie Gott nicht wünscht, dass sich Gläubige mit Ungläubigen verbünden. 3. Chroniken 19-2013 Humilie über den Heiligen Geist, den Tröster Die heilige Dreiheit stellt die höchste Majestät und Pracht der Liebe dar. Jesaja nannte die heilige Dreiheit großer Rat, Jesaja Kapitel 9, Vers 6, und den inkarnierten Sohn Gottes, Engel des großen Rates, das bedeutet den Boten. In welcher Beziehung steht dieser Rat zur Einheit Gottes? Auch du bist eine Einheit und du berätst dich mit ihr. Dein Geist fragt deinen Willen, ist dies möglich? Und er fragt dein Herz, willst du das? Und dein Wille und dein Herz fragen deinen Geist, kannst du es? Und so bist du durch diesen inneren Rat doch ein Mensch, eine Person. Offensichtlich ist dies nur ein schwacher Vergleich und ein Schatten der heiligen Dreiheit und ihres vollkommenen Rates, denn in der heiligen Dreiheit befinden sich die Personen in vollkommener Harmonie miteinander. Das, was der Vater wünscht, ist zugleich auch der Wunsch des Sohnes und des heiligen Geistes. Und er wird euch einen anderen Tröster geben. Seht, wie sicher sich der Sohn Gottes darüber ist, dass alles, worum er bittet, sogleich im göttlichen großen Rat verwirklicht wird. Sowohl der Vater wird damit einverstanden sein, zu senden, als auch der Heilige Geist gesandt zu werden. Der Sohn Gottes sagt nicht, ich werde den Vater bitten, euch dies zu geben, und ich glaube, dass er es euch geben wird, sondern ich werde bitten, und er wird euch geben. Er weiß im Voraus, dass der Vater geben wird, worum er bittet. Er weiß dies, wenn man es so ausdrücken kann, aus seiner eigenen ewigen Erfahrung. In aller Ewigkeit herrscht Harmonie zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Er wird euch einen anderen Tröster geben. Durch diese Worte wird die vollkommene Gleichheit des Sohnes und des Heiligen Geistes offenbart. Der Vater wird euch einen anderen Tröster senden, mit mir gleich, eines Wesens mit mir, von gleicher Ehre wie ich. Er wird für mich auf seine Weise für mich wirken, gemäß seiner göttlichen Person, die einzigartig ist und sich von der Person des Sohnes unterscheidet. O meine Brüder, seht ihr, wie die ganze Dreiheit an unserer Rettung teilnimmt? Seht ihr die Würde, die uns Sterblichen und Sündern zuteil wird? O allheilige und hochgepriesene Dreiheit, unser Gott, erbarme dich unser und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.